es sind liebe freunde ich würde euch sehr gerne innerhalb von minuten zeigen wie so ein online seminar ein so genanntes webinar ein online kurs funktioniert du brauchst dazu einen pc oder laptop idealerweise ein headset wenn du mikrofon hast dann hörst du mich perfekt es geht aber auch direkt in die mikrofon des computers des monitors und du kannst sogar mit einem tablet oder sogar mit einem handy es ist vielleicht die qualität natürlich und die größe des bildschirms nicht ideal aber ich hatte auch schon eine kursleiterin kursnehmerin die von einem flughafen aus sich eingeschaltet hat und eineinhalb stunden mitgemacht problemlos wie funktioniert so etwas wenn du dich registriert hast mit einem sogenannten registrierungs link bekommst du einen zweiten link der heißt raum link das heißt an dem tag wo der kurs stattfindet dass zum beispiel dienstag 11 juni 2019 19 uhr starten wir die neue staffel anfängerinnen ich habe bereits drei anmeldungen zwei interessentinnen und insgesamt nämlich eben fünf bis sechs personen also wer noch am 11 juni starten will sollte das vielleicht nach diesem kurzen 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 demo sich überlegen es funktioniert folgendermaßen die hand erstes ich habe erstes einmal die möglichkeit mit euch dokumente zu teilen hier habe ich zum beispiel übrigens wir arbeiten ohne kamera wir haben aber hier einen chat rechts unten also zum beispiel sagt jemand ich habe eine frage das ich kann sofort und kann darauf antworten ich kann euch zum beispiel zeigen was wir im konversationskurs da sind jetzt damen die seit fast zwei jahren relativ regelmäßig bei mir kurse nehmen also vier mal so ein modul von zehn lektionen und da nehmen wir wirklich texte die wir ganz einfach erleben in tunesien mit morgen ali hast du gehört jemel kommt nächste woche aus deutschland er wird zwei wochen in tunesien verbringen und so was solche texte und wir machen das natürlich auch umgekehrt wir nehmen einen tunesischen text mit dem konversationskurs können wir bereits solche sachen machen also wenn jemand behauptet man könne tunesisch arabisch nicht lernen dann wird er und sie hier ans besseren dann habe ich die möglichkeit mit euch selbstverständlich mit die unterlagen die ich ja zur verfügung stelle es sind insgesamt wie ihr es vielleicht hier seht 146 seiten pdf wo ich die schrift eingehen ich habe texte die wir lesen können ich habe vor allem eben diese grammatik bei jeder lektion natürlich wir müssen die personen kennen wir müssen werben lernen es geht aber immer um konversation und zwischendrin ein bisschen um schreibarbeit dann habe ich die möglichkeit mit euch texte zu schreiben ich kann zum beispiel hier einen text lesen es war hier schnur wie geht es dir und das können wir so miteinander besprechen und diskutieren und auf der anderen seite kann ich euch ich mache immer fünf bis zehn minuten pro lektion auch noch die schrift ich kann euch zum beispiel einen buchstaben schreiben ich schreibe jetzt ein bisschen schnell das sieht vielleicht nicht so gut aus und so weiter und kann mit euch dann buchstaben kombinieren zu einem wort was ich ebenfalls habe ist ich kann mit euch ein video das machen wir vor allem im konversationskurs dass wir ein video nehmen und sagen okay jetzt hören wir mal fünf minuten rein und diskutieren über den inhalt wer hat welches wort verstanden hier ein beispiel das ist jetzt assalamualaikum liebe freunde ich grüße euch aus meiner heimat südtunesien meddin mit einer wunderbaren dattel das ist ein stadion das sehr interessant ist zwischen der harten dattel gelben und der weichen ihr seht also wir können ziemlich viele mittel einsetzen wer referenzen möchte ich habe zwei drei sehr begeisterte also ich habe viele begeisterte teilnehmerinnen aber zwei drei die sagen das auch wirklich überall wenn jemand wirklich referenz will oder mal erfahrung direkt aus der aus den teilnehmerkreisen könnte mich anschreiben ammord benhamida.ch ist meine e mail und wie gesagt der kurs ist zehn abende 90 minuten und das sind also 20 45 minuten einheiten und könnt damit ihr vergleichen könnt ausrechnen es sind 9 euro 45 minuten einheit da ist sind eben die unterlagen drin da ist sind tondateien drin die ihr dann benutzen könnt und vor allem und das ist meine spezialität ich nehme die ganze lektion von 90 minuten auf inklusive fragen und die teilnehmerinnen bekommen dieses video ein oder zwei tage später auf youtube mit einem link und ihr könnt die ganze lektion wenn ihr sie mal verpasst auch nachholen also ich hoffe es interessiert euch und wenn ihr vielleicht keine zeit habt von einer freundin ist dann einfach weiterempfehlen ich danke ganz herzlich assalamu alaikum ammor benhamidat